Welche Fragen werden die Europäische Union in den nächsten Jahren besonders beschäftigen? Meiner Meinung nach sind das vor allem drei Bereiche, nämlich der Migrationsbereich, die Frage natürlich der Wirtschafts- und Währungsunion und drittens die Gestaltung der auswärtigen Beziehungen der Europäischen Union und zu diesen drei Politikbereichen möchte ich einige Bemerkungen machen. Zunächst zur Migration. Seit 1999 hat die Union im Rahmen des sogenannten Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts rechtbeachtliche Anstrengungen zur Schaffung eines sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystems unternommen. Artikel 78 AEUV verleiht der Union die Kompetenz hierfür. In mehreren Rechtsakten wurden gemeinsame Normen für die Anerkennung von Flüchtlingen, für das Asylverfahren zur Zu- oder Aberkennung des Flüchtlingsstatus, zu den Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge erlassen. Zu diesen Regelungen gehört auch die bekannte Dublin-III-Verordnung, in der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung jenes Mitgliedstaats festgelegt werden, der über einen Asylantrag entscheiden soll, also der dafür zuständig sein soll. Auf einer organisatorischen Ebene leistet das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen eben Hilfestellung für die Mitgliedstaaten, aber dieses Büro besitzt selbst keine Entscheidungs- oder Exekutivbefugnisse. Mit der Asyl- und Migrationsproblematik eng zusammenhängt natürlich auch die Frage der Kontrolle der Außengrenzen der Union. Die Binnengrenzkontrollen sind schon weggefallen im Rahmen der Realisierung des sogenannten Schengen-Prozesses. Das bedeutet aber, dass an die Außengrenzkontrollen besonders hohe Anforderungen gestellt werden, die von manchen Mitgliedstaaten sowohl aufgrund der langen und schwer kontrollierbaren Außengrenzen als auch aufgrund fehlender finanzieller, organisatorischer oder personeller Ausstattung nur teilweise erfüllt werden können. Schrittweise soll daher ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen eingeführt werden und es ist auch an die Schaffung einer europäischen Grenzschutztruppe gedacht. Unterstützend tätig wird die Europäische Agentur für operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen besser bekannt als Frontex, aber auch ihre Aufgabe besteht primär darin, die Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Dieses System, dessen Aufbau ohne dies mit vielen politischen Widerständen zu kämpfen hatte, ist jetzt durch einige Entwicklungen massiv in Schwierigkeiten geraten. Es sind zunächst einmal die dramatischen politischen Umwälzungen im Nahen Osten und in Nordafrika, die nach dem arabischen Frühling statt zu einer weiträumigen Demokratisierung der Region vielmehr zu schweren bürgekriegsartigen militärischen Konflikten, dem vollständigen Zerfall staatlicher Strukturen, der Präsenz terroristischer Bewegungen geführt und so der Bevölkerung dieser Länder jede Lebensgrundlage entzogen und sie in eine unbeschreibliche humanitäre Katastrophe gestürzt haben. In den letzten Jahren ist daher die Zahl der in der EU asylsuchenden Personen explosionsartig angestiegen, zusätzlich zu jenen Flüchtlingen, die schon traditionell aus Afrika, aus Afghanistan, aus dem Irak und so weiter nach Europa streben. Zweitens, Länder wie Griechenland, Italien oder auch Spanien sind nicht in der Lage, diesen Ansturm administrativ, finanziell und logistisch zu bewältigen. Dazu kommt, dass das Kernprinzip des vorher schon erwähnten Dublin-Systems in einer solchen Situation vollkommen kontraproduktiv wirkt. In Artikel 7 der Dublin-Verordnung heißt es nämlich zur Randfolge der Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats für das Verfahren. Bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels zuständigen Mitgliedstaats wird von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen Schutz zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. Also das ist der sogenannte Erstantragsstaat. Dies hat zur Folge, dass eben genau diese Staaten Griechenland, Italien, Spanien heillos überfordert sind. Und zum Zweiten hat es auch die Konsequenz, dass viele Asylsuchende zum Teil wohl auch mit Wissen oder Duldung durch die Transitstaaten von vornherein versuchen, auf illegalem Weg in eines der bevorzugten Aufnahmeländer zu kommen, also nach Österreich, nach Deutschland, nach Schweden, und eben zu vermeiden, dass sie nach Griechenland, Italien oder Spanien zurückgeschoben werden. Drittens leidet dieses Asylsystem darunter, dass die im Vertrag ausdrücklich verankerte Solidaritätspflicht der Mitgliedstaaten von den meisten Mitgliedstaaten schlicht ignoriert wird. Im Artikel 80 AOV heißt es ausdrücklich, dass für diese Politik der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten einschließlich in finanzieller Hinsicht gelten soll. Die deprimierend erfolglosen Verhandlungen über verpflichtende Asylquoten auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene ist es ja nicht anders, sprechen hier eine deutliche Sprache. Man fragt sich also, kann dieses Problem überhaupt gelöst werden und wenn ja, wie? Finanzielle Unterstützung seitens der Union, zum Beispiel durch Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, ist unerlässlich, kann aber nur zur Bekämpfung der Symptome beitragen. Gleiches gilt für die kürzlich beschlossene und inzwischen auch operative Militäroperation, Sie heißt EUNAV4MED und ihr Auftrag besteht darin, dazu beizutragen, ich zitiere, das Geschäftsmodell der Menschenschmuggel- und Menschenhandelsnetze im südlichen zentralen Mittelmeer zu unterbinden, in dem systematische Anstrengungen unternommen werden, um Schiffe und an Bord befindliche Gegenstände, die von Schleusern oder Menschenhändlern benutzt oder mutmaßlich benutzt werden, in Einklang mit dem Völkerrecht auszumachen, zu beschlagnahmen und zu zerstören. Am 26. Juni 2015 hat der Europäische Rat drei Dimensionen der künftigen Migrationspolitik in den Mittelpunkt gerückt. Erstens die Umsiedlung oder Neuansiedlung von Flüchtlingen, zweitens die Rückkehr bzw. Rückführung oder Rückübernahme von Flüchtlingen und drittens die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern. Meines Erachtens völlig zutreffend wird dem letzten Punkt vom Europäischen Rat besondere Wichtigkeit zugesprochen und zwar sowohl im Hinblick auf die Bewältigung der Ströme irregulärer Migranten als auch vor allem im Hinblick auf die Beseitigung der eigentlichen Ursachen der Migration. Angesichts der tatsächlichen Situation in den Herkunftsländern ist dies eine langfristige Aufgabe, so sie überhaupt zu bewältigen ist. Auch hat die Union de facto nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten in den betroffenen Regionen selbst. Realistischerweise wird sich also meiner Meinung nach die Politik der Union in diesem Bereich in den kommenden Jahren nicht auf die Beseitigung der Ursachen, sondern leider nur auf die Bewältigung der praktischen Probleme beziehen können, und zwar insbesondere durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Drittsländern und durch die Milderung der Situation der Schutzsuchenden durch umfassende humanitäre Hilfe. Die Grundlagen dieser Politik hat die Kommission im Mai in einer sogenannten europäischen Migrationsagenda niedergelegt. Die Hauptverantwortung aber liegt meines Erachtens eindeutig bei den Mitgliedstaaten, die ihrer Solidaritätspflicht nachkommen müssen. Wir haben derzeit eine Fülle an Baustellen und Herausforderungen, wie wir sie wahrscheinlich seit 1945 auf unserem Kontinent nicht mehr hatten. Wenn ich an die Fragen des Asyls denke, wir haben die größte Flüchtlingswelle mit unterschiedlichen Gründen. In Österreich ruft jeder nach, der Europäischen Union, was den Aufteilungsschlüssel beim Asyl betrifft. Nur, wir haben derzeit zwischen den Mitgliedstaaten keine Mehrheit, dies zu erhalten. Die Kommission will den Aufteilungsschlüssel, hat einen Vorschlag gemacht. Das Parlament will den Aufteilungsschlüssel, hat einen Vorschlag gemacht. Unter den Mitgliedstaaten gibt es die Mehrheit dafür im Moment noch nicht. Daher nicht die EU blockiert, oder will nicht, sondern einzige Mitgliedstaaten wollen nicht. Und die Europäische Union kann nichts diktieren. Wir können nur mitsammen die Europäische Union stärken. Die Vorstellung von Fortress Europe, also die Festung Europa, ist falsch und ist uneuropäisch. Das ist nicht nur provinziell, das ist ja fast ein Lobeswort, sondern ist einfach so etwas von mangelndem europäischen Geist, man kann es eher gar nicht sagen. Das ist sicherlich etwas, wo man nicht die Augen verschließen darf. Viele Leute glauben, wenn ich da wegschau, dann ist das Problem vorbei. Das ist nicht vorbei, es ist wirklich ein Problem. Wir werden noch viel mehr Migrationsdruck haben. Nicht, weil die Menschen böse sind, weil sie an unsere Futtertöpfe wollen, sondern weil es Instabilität, Krieg gibt, zum Teil durch uns selber verursacht. Und wir müssen diese Dinge klar sehen. Die Bevölkerung will mit Recht Sicherheit. Dazu gehört es meiner Meinung nach, die Situation in den Herkunftsländern zu stabilisieren. Es geht nicht, dass erst 10 Prozent der Gelder, die für Irak zugesagt wurden, tatsächlich geflossen sind. Da kann man die Flüchtlinge nicht ernähren. Da brauche ich mir nicht Wundern, wenn der Druck entsteht. Also hier müssen wir viel klarer sein. Ich will auch nicht, dass Menschen in die Hände von Schleppern fallen, weil sie keine Möglichkeiten haben, um Asyl anzusuchen. Wir haben also keine Verfahren an irgendwelchen Kontaktpunkten der EU, wo man das außerhalb der Grenzen machen kann. All das müssen wir schaffen. Und wir brauchen dann auch, glaube ich, eine gerechte Verteilung innerhalb Europas. Es kann nicht sein, dass Einzelne Länder alles nehmen und andere gar nichts.